Aber du bist doch jetzt gerade gefahren, 1 Meter oder 2 Meter. Ja. Wow. Ich dachte, du weißt, ich kann easy durch den Wald abkürzen. Fahr herunter, das Quote macht den Portabend, das Quote macht nur Portabend. Das Quote macht den Salto, will dann. Du bist unsere Schweiz, schätze dich für das wo du bist. Weil jeder Kanton wichtig ist. Welcome to SVP. Du kriegst ein Herzschau, 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 du kriegst ein Herzschau. Ja, wir werden jetzt so etwas versterben. Oh, ich weiß. Ich freue mich schon, ich soll echt schon lange nehmen. Ja, könnte man echt genau so gut machen. LOL! Wow, 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 wow! Was mache ich? ZLEUT, ZLEUT! Ja. So. Zuerst mal etwas leiter machen. Also ich habe jetzt Arbeit an. Wo geben wir? Standard. I can map. Ja, aber Standard wie immer, weisst du es noch? Ja, dort hinten zur Ding. Rechts aussen. Ja, eigentlich relativ weit hinten. Oh shit. Ja, dann machen wir früh auf. Ja, ja. Okay, okay, okay. Okay, okay. Hello guys, I'm gonna kill you everything. Oh, ich bin draussen. Ich bin draussen. Ich habe es draussen. Ich habe es draussen. Ich habe es draussen. Ja, schon, ja. Die gehen alle Richtung Camino-Schiessplatz. Alle! Ja, ja. Nein, nicht alle. Horafil gehen von mir rechts. Ja, markier. Gehen wir Camp Roggen? Nein. Ja. Das ist... UNDRUSD! Scheiße! Das ist UNDRUSD! Fuck! Und ich bin verdammt hoch. Jetzt bin ich noch tausend. Ja, ich auch. Ich bin da runtergeleitet. Ja, das ist heftiger GG. Ich habe es auch schon einen. Ja, einen besser als 10. Easy. Oder, warte. Haben wir GPS? Ja, wir haben GPS! Ja, wenn wir hardcore einfach auf den Strand rauskriegen. Nein, das geht kein Problem. Nein. Easy, dann probieren wir es. Dann gehen wir direkt und sterben. Warte, dort landet einer. Ja, boi! Ja, sicher nach rechts. Und laufen durch die Wildnis wie die Behinderten. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo von dir ausgesehen rechts. Ja, äh... Kompass, Richtung Süden. Richtung Süden. Ja, passt perfekt. Warte, weg von Camp Roggen. Oh, sieht, ich muss bremsen, ich muss bremsen. Ja, der wird mich so bumsen, wenn er mich sieht. Ich verpisse mich mal. Komm, das ist eine perfekte Landung, mein Kollege. Oh, jetzt liegt der Herr. Landest du jetzt gekommen? Nein, ja noch nicht ganz. Aber ich bin dran. Oh, ja. Rechts für uns. Da oben. Von mir war es jetzt links. Und da oben, ja. Links habe ich nichts gehört. Ja, von mir aus links. Je nachdem, wie du jetzt alt bist. Also du landest da vorne in der Hütte? Nein, nein. Also da, bei der Strasse. Bei der Stein. Hä? Sex, dad. Fuck, wie schnell! Drums. Gut. Also du bist gar noch nicht gelandet. So, jetzt bin ich gelandet, ja. Also... Wir haben die Art 046 052. Warte, warte, warte. Ja, warte, warte. Ja, warte, warte, warte. Ja, warte, warte, warte. Unser Ziel ist, äh, der Camp. Oh, lol. Oh, du hast explodiert. Alter, wie das explodiert. Oh, ah, der rote Bereich ist das. Wo bin ich? Ah, da oben. Wir sind verdammt nahe, deswegen. Ich schliefe mich jetzt hier an. Jaja, 500 Meter oder so? Ich, knapp 200. Nicht einmal. Ja, nein, 600. Sorry, ja. Also, oh, ich bin angekommen, es schiesst. Ist ja wild. Jo. Du schiesst von allen, richtig. In diesem Fall. Lebst du noch? Ja, ja, aber ich muss hier weg. Wir müssen einen anderen Ort finden. So, fährt das Auto hoch. Oh nein. Da hat mich einer, glaube ich, schon gesehen. Ja. Äh, rein. Rein. Rein, bitch. Gump. Also, ich weiss nicht, ob wir ihn gesehen haben, aber wir waren verdammt nahe nebeneinander. Ich bin, glaube ich, an der Strasse. Äh, machen wir einen anderen Ort? Das überleben wir nie hier. Ja, ich gehe jetzt mal ein. Ja, ich muss schnell sagen, weil ich bin da vorne noch. Ja, geh doch mal weg dort! Ja, aber sagst du, wohin? Ist das der gleiche? Ja, keine Ahnung. Ist das da offen? Fuck. Kann ich das nicht nachschauen? Fuck, ich gehe gerade hier, das Hof, habe ich jetzt einfach irgendwo gefunden. Nein. Jetzt steht da auf. 1000 Meter. Fuck life, ziehe ich da rein. Okay. In dem Fall, wenn er jetzt mein Video gesehen wird, wird es gespult. Ich bin da gefällig vor, dass du keinen Laut rein hast, ey. Ich muss es echt spawnen. Schalldämpfer. GG. Ich würf ihn mit Schalldämpfer in den Kopf. Hatschot. Was? Als wenn ich jetzt eine Piste oder irgendetwas aufschiessen. Du hast Sima. Äh, Nordische. Direkt tot. 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 Du laufst gleich wie ich, aber völlig in eine andere Richtung. Also nein, nicht in eine andere Richtung. Du landest anders, ja. Ich habe einen Quad gefunden übrigens. Oh, komm ich holen. Wo? Äh, ich bin an dieser Strasse. Wow. Du bist einfach Pro. Danke für die Info. Sag schon ein Grad. Ja, dort als du vorher warst, bist du an dieser Strasse vor Camprogane. Ja, das ist eine lange Strasse. Sag doch Gradzahlen. Was du auf dem Ding hast, auf dem... Koordinator. Ja, Koordinator. Nur 47, nur 57. 57. 57. Wow, du bist ja voll am Arsch. Ja, sag ich ja. Ich muss erst in die andere Richtung sehen. Ich muss jetzt nur einen Kilometer fahren. Um zu dir zu kommen. Oh, ja. Ja, GG. Ich merke gerade, ich habe gar nicht viel Tank. Also viel. Ich komme zu dir, dann sind wir manchmal zusammen. Scheiss, egal. Oh, du hast Angst gewollt. So, das war ein Bremseffekt. Also, ich habe rausgebracht. Ich komme jetzt zum Todeshof. Also, wir treffen uns ins Todeshof. Das war zu wenig auf der Strasse. Scheiss gemacht. Das war bei mir auch so. Also, ich bin 500... 400 Meter dort. Oh, ich habe einen Purzelbaum gemacht. Ich mache immer einen Purzelbaum. Salto. Willstown. Arsch. Also, mein Gebot ist am Arsch. Wo bist du nochmal? 47? Äh, jetzt 046, 060. Zmitten im Wald. Du bist das Ort. 046, 060. Komm da nicht her, da scheisst es. Ich fahre in die Richtung. Also, ich bin mitten im Wald. 046, 060. Warte, Sie händen sich die Koordinaten. 060. Äh, 046, 061 bin ich. 046, 061 bin ich. 046 bin ich 061. Also, noch weiter oben. Und jetzt bin ich bald... 200 Meter. Wir sollten gleich in der Nähe sein. 2-0. Also, ich fahre straight herunter, dann siehst du mich schon. Ich gehöre dich, ich gehöre dich. Langsam, 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 langsam! Uhhh! Hallo. W Challenge Gott! So, Todeshof zum dritten Mal. Lass mich! Ich schaue mal, ob es schon eine Zonenmarkert ist, oder ich hoffe es noch nicht. Aber du bist doch jetzt gerade gefahren, 1 Meter, oder 2. Ja. Wow. Ich dachte, ich kann easy durch den Wald abkürzen. kürzen. Vorabend macht das Quote einen Purzelband, das Quote einen Nur-Purzelband, das Quote einen Salto und wieder dann. Ah warte, man kann fahren? Ja. Ja, bei mir hat es jetzt aber Wiel am Arsch gezeigt. Ja, nur ein bisschen am Arsch vielleicht. Ist nicht alles voll meine, darum heisst es hier das Hof. Ja. Alter, da hat es ja nicht mal etwas, sonst ist es kaputtes Hubs. Was? Ja, schau mal, dasselbe, wenn wir schon da sind. Ja, ab so einen Kilometer vorher brausen. What the fuck? Es hat aber ausgedacht, als wäre es ein grosses Gebiet oder so. Vergiss den Fisch. Da ist nichts. Nein, vergiss den Fisch. Was ist das denn? Nein. Ich bin glaube, sie sind da. Alter, meine Frames. Also, dann gehen wir an Guilla-Maria. Ja, gehen wir fit in die Stadt holen. Oder? Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Was? Auto rechts. Wo? Zwei Autos rechts. Da sind doch niemals zwei Autos nebeneinander gespahnt. Hinter dem Hügel dort. Lachen wir mal schauen. Ja, ja. Ja, aber das ist ein bisschen ohne Zufall. Zwei. Gerade nebeneinander. Lachen wir mal schauen. Schau, jetzt rennen wir genau in die Stadt. Egal. Schau jetzt, schau jetzt. Egal, wir nehmen jetzt eins und fahren nicht weg. Oh, 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 oh. Warte, du hast es mal durchsuchen. Der hat eine Platte. Die beiden Platten! Anstaff jetzt. Haben die Tipps drin? Nein, die nicht. Auch nicht. GG. Hat das Quatt noch etwas drin? Nein, nein. Ich habe schon geguckt. Easy. War. Hat die einen Unfall gemacht? Siehst du? Noch schon, wie sie hier stehen? Tzile, hast du nochmals ein... äh, rechts Fuss? Ist auch nochmals ein roter Ding. Jetzt fährst du genau drauf zu. Bleib mal kurz stehen, breib mal kurz stehen. Sehst du das nicht? Dort ist nochmals eins. Sehst du ihn? Links Fuss? Äh... Ganz weit hin? Ja, gehen wir schnell. Ich weiß ja nicht, ob das Schlau ist. Wir suchen nicht nach Waffen, wir suchen nach Autos. Das ist so dumm. Ja, aber mit Autos sind wir schneller und sicherer. Als mit einem fucking Squat. 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 Kannst du das Haus abchecken? Ja. Go, 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 go. Was fährt er los? Oh, Baby! Eine Waffe! Ohne Scheisse. Heli. Auto ist fahrtüchtig. Hat aber nichts. Hat es noch mehr? Muss ich auch? Nein. Es hat eine Waffe. Komm, go. Ich kann schnell rauf. Ja, ich bin wieder in die Zone hinein gelauten. Ja, das können wir nachher. Gehst du rauf? Ja. Ich schaue mir schnell runter. Was wir gerade nicht... Falls es First Aid gibt, hörst du mir das nachher schnell? Naja. Bist du schon am Arsch? Ja, eben, seit ich mich fressen kam. Was ist das? Einen fucking Hut! Was will ich mit einem... Ich habe auch einen Hut gefunden. Und er auch Granaten. Was ist das? Ja. Scheisse auf das. Ey, nichts. Nichts. Ich bin jetzt auf dem Dach. Ich gehe schon mal in die Stadt hinein. Ah. Ein Hut und ein Silencer. Dort ist ein roter Truck. Ah. Komm, an den Ort. Warte. Exakt. Hier bin ich unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Wo bist du? Aber, aber echt. Aber, aber. In die Stadt hineinlaufen. Ah, fucking hell. Kannst du es, wenn ich nicht schnell bin? Wo bist du? Wo bist du? Klappe. Ja, links, links, links. Ah gut. Nur eine SPAR, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. Ja, viel besser als nichts. Ja, viel besser als nichts. Gerade hier in dem kaputten, dem grossigen Haus. Oben habe ich noch nicht geschaut. Oh, eine Wiste. Oh, GG. Oh, ein Rekul. Leider nur eine Munition. Äh. Magazin. Geben wir mit dem Auto weiter, oder wollen wir runter. Äh, ich würde sagen, wir snicken eigentlich. Was? Ah, RCO. Mein Leben ist gut, jetzt gerade. Gehörst du? Ja, ich muss Lütter machen. Fuck. Jetzt kommt von der Tunnel so. Ja, in der Stadt. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich bin oben dran am Berg. Ja, dann bist du oben dran. Ja, aber du bist in den Berg hoch. Also, ich müsste jetzt eigentlich nur eine Strasse hochlaufen. Dann wäre wieder an unserem scheiss Auto. Nein, nein. In unserem scheiss Auto bin ich irgendwie drunter. Aber ich sehe jetzt mein Auto zum Beispiel. Von da sehe ich mein Auto, ja. Ah, dort! Was ist das denn? Bist du das? Ja, ja. Scheiss. Oh, Grenze, Grenze, Grenze. Ist kleiner geworden. Komm, 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 komm. Warte, ich muss schnell markieren. Ja. Ich bin der Schredderstein-Sertio und gehe noch in die Sickle. Alter. Bleib da, bleib da, bleib da. Ja, ja. Jetzt Sickle. 60 Sekunden, Rucka, renne. Das schaffen wir niemals. Müllen wir runter? Ja, ja. Wieso kommst du nicht runter, wenn du sagst, wir nicht runter? Ich gehe da vorne. Ich kann aber nicht irgendeine Beine brechen oder so. Ah, ich gehe über die Brücke. Fuck life. Ja. Gar nicht obviess. Also, das schaffen wir niemals. So lange. 500 Meter ist nicht weit normal. 300. Laufen wir direkt auf die Zone zu? Also, so wie ich es markiert habe, ja. Easy. Ein bisschen rechts. Ja, machen wir nachher. ZJ rennen mega offen. Fuck life. Dass wir überhaupt nur leben haben. Das ist echt ein Wunder. Ich könnte in die Zone jetzt mal kommen. 200 Meter. Oh, tschüss. Ja, okay. Rechts für uns. Oben am Berg. Ich muss einfach schauen. Wir sind eh gerade da, weisst du. Ja, ich muss jetzt in die Zone sein. Ich kann nur noch laufen. Ja, ja, du bist am Arsch. Okay, hilf mir. Ja, meine Pack. Ja, wir sind gleich drin. Jetzt bin ich drin. Ja, ich habe es jetzt auch gemacht. Du hast keinen Medipack gefunden, gell? Nein. Du bist aber auch im Arsch, ey. Ich gehe mal hügel laufen, so schräg. Ich sneeke da mal vorsichtig auf. Jetzt kann ich ja voll, okay. Die ganzen Zielen. Ich denke, wir gehen jetzt ins Center rein. Weil das halten wir nicht lange aus dem Fall. Ja, bis ich im Center bin, Rogge. Schau mich an, ey. Ja, du musst jetzt durchgehen und laufen eigentlich. So wie das geht. Ah, ah. Dort liegen die Toten. Ja. Zwei. Zwei Tote liegen dort. Ja. Soll ich mal schauen? Ja, wenn ein Eier zuhörst. Ja, Eier schon, aber weisst du. Ob es dumm ist. Ja, es ist 100% dumm. Ah, gut, nein, alles gut. Ich gehe mal schauen. Vielleicht hat er eine Medikette. Ja, wenn er flutzt. Zwei Minuten. Opsch! Hier oben. Bei den Leichen. Ich habe ihn noch gut gehittet. Aber er hat mich gut gemacht. Lala, nicht an einem Wummen! Hast du das gehört? Wie die Scheisse sind? Ja. Fuck! Ich bin so dumm. Oh, da ist ein Hauch. Oh, da habe ich jetzt gezuckt. Fuck, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Wooh! Ich habe mich gerade mit dem Wasser. Hahaha! Ja. Ich bin so dumm. Ich bin nehm. So, das war, das war's. Von Daniel. Es ist so dumm. Ja, ich bin so dumm. Oswald ist wohl so dumm. Ich bin so dumm. Nein, aber dann ein paar Tage zu glauben. Ich bin so dumm. Untertitelung des ZDF, 2020